Antenne Vorarlberg Servus, ich bin Vorarlberg-Reporter Bernd Tomaselli und Deko ist mein zweiter Vorname. Und ich bin jetzt hier bei Ediz in Nordbirn und hinter mir, man sieht schon, das Weihnachts-Wonderland ist aufgebaut. Jasmin, für dich alles Alltag, du arbeitest hier, alle Gerüche hier, die tollen Seifen und Kerzen, du kennst das schon alles. Jetzt kommen die Leute, obwohl es draußen noch nicht so viel Schnee hat, trotzdem schon rein und wollen Weihnachtsdeko haben. Ja, also das auf jeden Fall, die Leute sind schon voll auf Weihnachten, auf Weihnachtszeit eingestellt und kaufen jetzt schon fleißig eher. Ja, ich bin auch schon total auf Weihnachten eingestellt, habe schon tolle Sachen hier gesehen und das natürlich in den klassischen Farben Rot, Weiß, Gold, aber heuer muss es eine andere Farbe sein, oder? Was ist denn heuer die Trennfarbe? Das wäre dann die Farbe Rosa oder das Altrosa. Jetzt, wenn man hier durch die Reihen läuft, dann findet man natürlich alles vom Adventskranz, vom Adventskalender, über Aufhänger, Sternchen, etc. Aber es gibt ein Highlight, was man sich heuer ins Fenster stellen kann und das ist ein... Goldenes Einhorn, ja. Ein goldenes Einhorn. Also, für heuer das Must-Have und die Kuriosität schlechthin, ein goldenes Einhorn unterm Weihnachtsbaum. Antenne vor Eilberg.